was geht ab liebe freunde herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal tk tv ja heute gibt es ein sehr lustiges video wir hatten eine coole idee und zwar werden wir gleich zu fremden autos gehen wir werden natürlich erst mal gucken wer da aussteigt und wer reingeht und wie lange das dauern könnte und werden dann an dieses auto während die person der das auto gehört im laden ist diesen zettel dran kleben also man beispiel direkt ich mache das quasi so oliver fährt das auto geht dann bei bei td was weiß ich rein klebt dann hier den zettel drauf sorry für den kratzer im auto dann kommt die person raus lief das und sucht den kratzer und genau das wollen wir haben dass die person sich hier erst mal erst mal alles absucht weil wir werden kein kratzer im auto verursachen da ist natürlich kein kratzer nicht mini ach so ich dachte wir haben gefordert könnte sehen auch noch ein paar tafeln schokolade sieht man gerade ich würde sagen das wird ganz lustig und ja lego 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 so ARD Text im Auftrag von Funk 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 Okay, danke schön. Kein Problem. Willst du so wiederverwenden dir das Zettel? Dankeschön. Also an Ihrem Auto ist es nicht dran, wir haben hier natürlich. Nee, nee, das ist ein Luftratzer. Aber es ist frechheit, da so einen Zettel dran zu machen. Schönen Tag noch. Wofür ist das jetzt? Das ist für unseren Lüthi-Kanal. Okay. Wenn Sie möchten, können wir Sie zensieren. Das ist wegen Ihrer Macht. Mir wurscht. Okay. Alles klar. Tschüss. So, meine lieben Freunde, und zwar die Frau von dem Port ist gerade einfach gegangen, hat den Zettel ins Auto geschlossen. Ich werde jetzt ins Geschäft hinterher gehen und dir die Tafel Schokolade überreichen. Hat dir anscheinend nicht gejuckt. Zu, zu. Ja. Freunde, übrigens, wenn ihr noch einen Teil wollt, dann gebt euch jetzt an dieser Stelle mal einen Daumen nach oben. Dann werden wir auf das ganze Geschehen noch einen draufsetzen und werden noch ein bisschen krasser agieren, damit ihr auch noch mehr zum Lachen habt, Freunde. So, meine lieben Freunde, die Frau hat dort sehr mit Humor genommen. Die hat gesagt, ja, was soll ich denn auf ein Paarferzer ausflippen für einen Kratzer. Also, die hat das anscheinend gar nicht gejuckt. Die wollte auch Essigschokolade nicht annehmen. Ja, gut. Aber ich habe es dir dann doch gegeben. Ich werde jetzt zum nächsten Mal.